Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich werde euch heute was vom Annas Buch des Advent Verlages vorlesen. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir Kundenweg, denn ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Psalm 143, Vers 8 Es gibt Ereignisse, die bleiben einem ein Leben lang in Erinnerung. Als junger Mann Mitte der 60er Jahre machte ich mit Freunden eine geführte Paddeltour auf der Isar von Länge des Bad Tölz nach München. Es lagen ca. 12 bis 15 Kilometer mit dem Kanu auf dem fröhlich plätschernden Fluss vor uns. Nach einer ausführlichen Einweisung durch den Führer ging es los. Es war herrlich, so langsam bei strahlendem Sonnenschein durch die Natur zu paddeln. An manchen Stellen war das Wasser sehr flach und so geschah es, dass mir plötzlich das Paddel brach. Ausgerechnet an einer Stelle, an der sich der Fluss teilte. Die Gruppe paddelte mit dem Führer nach rechts, während ich nach links abtrieb. In mir stieg Panik hoch und ich schrie. Der Coach, den Begriff kannte man damals noch nicht, also der Gruppenleiter, signalisierte mir, ich sollte ruhig bleiben. Wir würden uns nach Umfahren der kleinen Insel wieder treffen. Dem war auch so. Ich bekam einen Ersatzpaddel und wir konnten die Tour weiter gemeinsam genießen. Schließlich erreichten wir München und alle waren beeindruckt von dem Erlebnis und glücklich es geschafft zu haben. Das ist jetzt Jahrzehnte her und ich muss immer wieder an zwei Dinge dabei denken. Zum einen an das Bibelwort, tu mir kund, den Weg, den ich gehen soll. Plötzlich kann es dir passieren, dass du dich auf einem unbekannten Weg befindest. Dann lass dich nicht vom Panik übermahnen, sondern hoffe und vertraue auf Gottes Weisung und Gnade. Zum anderen hast du auch einen Coach, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, allen deinen Wegen. Heißt es in Psalm 91, Vers 11. Dieses Wort begleitet mich nun fast ein Leben lang und hat sich damals, wie auch bei vielen anderen Begebenheiten und Ereignissen, stets bewahrheitet. Mit diesen Worten wünsche ich uns, dass wir daran denken, dass wir in allen unseren Situationen, im Alltag und auch bei unseren Problemen, wir uns immer an Gott wenden können. Denn er wird uns den Weg zeigen. Ich wünsche euch einen guten Start in den neuen Tag. Ich wünsche euch einen guten Start in den neuen Tag.